hallo leute herzlich willkommen zu einem video und leute wir sprechen heute weshalb 1.0 videos hochgeladen werden im hintergrund seht ihr gerade die letzte folge von minecraft universe und es ist auch 1.0 und ja also falls ihr es guckt bitte abschalten denn das könnte spoilern und so also leute wir es werden 1.0 videos hochgeladen weil sie werden hochgeladen weil wir noch zu viel vorrat haben von 1.0 videos und wir haben jetzt so ein projekt wie minecraft universe und wenn wir jetzt die videos dazwischen und 1.0 sozusagen nicht hochladen dann versteht man ja gar nichts mehr und so weiter und wir haben noch eine menge vorrat das ist schade aber ich versuche zumindest nebenbei noch so 2.0 videos hochgeladen 1.0 und 2.0 so nebenbei halt vielleicht auch abwechselnd wer weiß das sehen wir dann und ja deswegen werden 1.0 videos hochgeladen und ja wir sehen uns dann beim nächsten video bis zum nächsten video und tschüss leute bis zum nächsten video